also hallo also ich kenne ein gratis gratis aufnehmen programm das ich verwende und ich bin zufrieden ich verwende es jetzt einen tag lang nein ich bin zufrieden also das ist hier sieht man die größe die dauer und halt ding der name vom programm ist bsr screen recorder 6 ich gebe euch eine internetadresse da könnt ihr sehen wo man das downloaden kann muss ich nur schnell suchen ich warte hallo also ich habe jetzt die seite gefunden ich pack sie dann in den linken dann könnt ihr hier aufnehmen dann die erklärung alles ist in deutsch der erklärung müsste man eigentlich verstehen ich weiß es nicht aber vielleicht werde ich noch ein ersatz Link falls der hier nicht geht obwohl er gehen sollte in die Beschreibung packen das müsste doch nicht gehen ja 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 ja